Hallo und guten Morgen. Willkommen in unserem Unterricht. Noch in Distanz, aber die Werte in meinem Namen sind schon besser geworden. Es kann gut sein, dass bald sehen wir uns in Präsenz. Ich würde mich freuen. Aber es ist noch zu früh, weil wir haben jetzt die Abschlussprüfungen und deswegen wird alles ein bisschen verschoben. Was machen wir heute? Die Abgabe für heute war dieser zweite Teil unserer Analyse. Und zwar eine Analyse auf der Basis von der 8. Golderegel von User Interface Design und die 10 Fehler, die man machen könnte, wenn man ein User Interface Design selber macht. Und ich habe Zwischenstand nicht bekommen. Das ist auch kein großes Problem. Es kann sein, dass die Übung für euch so einfach und leicht ist, dass wir das nicht brauchen. Und dann freue ich mich. So, ich sehe das nicht als negativ Teil und ich will auch das nicht so ausdrücken. Aber ich freue mich auf die Abgaben. Und wie gehen wir weiter? Heute gehen wir weiter mit einem sehr leichter Punkt, weil ihr habt viel gearbeitet für diesen zweiten Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir machen einen Vergleich. Wir machen einfach einen Kommentar, mit mehr als einem Satz natürlich. Über den Vergleich zwischen der Analyse, die wir so vom Bauch oder vom Herz gemacht haben als Besucher von einer Webseite und die Analyse, die wir gemacht haben, auf Basis von bestimmten Kriterien, die wir gelernt haben, in dem User Interface Design. Dann müssen wir schauen, welcher ist der Unterschied, wenn man eine Webseite als Benutzer und wenn man eine Webseite als Designer sieht. Und deswegen sollte man auch da ein bisschen kritisch sein über bestimmte Punkte, die wichtig sind, zu verstehen, welche ist dann die Unterschiede von der Sichtweise und welche sind die Sachen, die vielleicht man als Designer nicht gemacht hat, aber als Nutzer schon und umgekehrt. Die Abgabe, die gibt es für nächste Woche sehr klein. Es ist nur ein kleiner Text, aber mit dem richtigen Punkt betrachtet, indem wir sprechen über diesen Vergleich. Nichts mehr, nichts weniger. Aber damit haben wir unseren Zirkel zugemacht. Das heißt, wir haben alle Teile von der Analyse fertig gemacht und wir haben auch einen Sinn und eine Logik erkannt und gegeben. So, für nächste Woche ist das die Aufgabe, aber dafür schreibe ich auch eine klare Briefing als PDF und dann gehen wir weiter in der Gestaltung. Wir arbeiten noch nicht mit neuen Software. Wir werden arbeiten mit Software wie InDesign, Photoshop, Illustrator, die wir schon kennen und möglicherweise wieder zurück in die Schule sind. Falls die Situation so bleibt oder noch viel leicht besser ist, werden wir arbeiten dann in einem anderen Bereich vom Webdesign und zwar Animation für Werbe. Gut, aber bleiben wir bei heute, bleiben wir bei nächste Woche und wir sehen uns später im Online Campus, um eure Frage zu beantworten. Bye, bye. Musik Musik